Meine Mutter gibt's nicht mehr, ich vermisse sie so sehr. Es ist für alles lange her, trotzdem fällt mir das Leben, ohne sie sehr schwer. Meine Mutter gibt's nicht mehr, ich vermisse sie so sehr. Es ist zwar alles lange her, trotzdem fällt mir das Leben, ohne sie sehr schwer. Ohne sie sehr schwer. Es war damals ich noch ein Kind, kam wie immer von der Schule schnell nach Hause. Und dann im Zimmer sah ich sie regungslos, regungslos tot. Ich war in Not, ich war in Not, und in meinem Nacken saß der Tod die Angst. Und konnte nicht verstehen, warum musste das geschehen, warum musste das geschehen. Meine Mutter gibt's nicht mehr, ich vermisse sie so sehr. Es ist für alles lange her, trotzdem fällt mir das Leben, ohne sie sehr schwer. Es war damals ich noch ein Kind, kam wie immer von der Schule schnell nach Hause. Ich war in Not, ich war in Not, und in meinem Nacken saß der Tod die Angst. Ich war in Not, und konnte nicht verstehen, warum musste das geschehen, warum musste das geschehen. Ich war in Not, und konnte nicht verstehen, warum musste das geschehen, warum musste das geschehen. Ich war in Not, und konnte nicht verstehen, warum musste das geschehen. Ich war in Not, und konnte nicht verstehen, warum musste das geschehen. Aber was hat mich nicht gesehen, warum musste das geschehen. Untertitelung des ZDF, 2020